Let's Play LEGO Star Wars Und falls ihr euch fragt, warum ich mich so beschissen anhöre, das ist einfach der Grund, weil ich gerade das, wie sagt man, das Bierdiplom gemacht habe hier in Karlsruhe und das ist ziemlich hart der Tobak gewesen. Und auf jeden Fall bin ich jetzt ziemlich angeheitert und versuche mich jetzt hier mal am... Äh... Ja, ich versuche mich halt einfach mal am... Am Spiel, der nächste Charakter... Das ist linke Steuerung, was ist das für ein Scheiß... Nice... Also einstellen zu mir, jetzt haben wir ihn genommen... Soll ich mal gucken... Wo kann ich steuern... Da... Äh... Und der Feuermann geht direkt auf der 8 los... Nice... Nice Bro, nice Bro... Voll, Alter, ich bin voll am Sack, aber ich hab mir gedacht, okay... Ich nehm direkt erstmal ne fette Runde auf... Und falls ihr euch fragt, warum ich mit dem dämlichen Headset hier spiele und nicht mit dem normalen Stand-Mikro... Ich hoffe, findet man in der Lage, das normale Mikro... Anzuschließen... Und natürlich können wir hier rausgehen... Oder jetzt mal die fetten Mülltonnen kaputtballern... Und dann muss ich direkt mal fett drüber labern, das tut mir unheimlich leid, aber... Wer weiß nicht, wie die GEMA ist... Von daher muss ich jetzt mal hier über die geile Star Wars Episode... Melodie, was auch immer drüber reden... Und ich lese nochmal mal vor... Es herrscht Bürgerkrieg... Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus eingegriffen werden... Haben ihren ersten Sieg gegen das böse galaktische Imperium errungen... Während der Schlacht ist das Spion von Rebellen gelungen... Geheimen Probleme über die absolute Waffe des Imperiums in Todesstern... Eine waffende Raumstation blablabla zu vernichten... Äh, ganze Balance vernichtende Verfolgte und... Wirklichste Agenten, das Imperium jagt die Prinzessin Leia an Bord ihres Spinnen... Was auch immer, keine Ahnung... An Bord... Des geilen Aufträgerung... Aufklärungsschiffs... Was auch immer... Jetzt docken wir hier an das fette Schiff an... Und erstmal kommen die fette Stürmdrucken jetzt hier raus... Pam, das sind sie schon... Prinzessin Leia... Ja, die drückt hier so ne geile CT aus mit ihrem... Äh... Und mich kann ich mir noch geile Frisuren holen... Für Zylinder... Ja, mann... Styler... Boah, Bitslap... Pam... Pam... Bitslap... Oh, das ist noch weiter... Stirb, du Molokke... Von der weiß ich grob, wo drum es geht, aber... Ich kann euch weiß Gott nicht mehr sagen... Wo drum es überhaupt geht... Oh, da kann ich auch alles kaputt machen... Ist ja der Wahnsinn... Für alles Geld... Oh Gott... Jetzt bin ich schon nicht gefallen... Es gibt natürlich Geldabzug... Jetzt muss man halt... Äh... Beachten, ja... Dass wenn man mal runterfällt... Dass man dann Geld abbezogen bekommt... Kommt schauen... Ihr geilen Snitches... Jetzt wechsle ich zu dem... Und... Bam... Bin ich geil oder was? Ich fülle mich grad geil... Boah, die füllen die ab... Harte Toeback... Harte Toeback... Pam... 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 Erstmal... Pam... Pam... Bitslap... Wuuu... Pam... 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 Deine Badehose an... Hier können gar nix... Pats... Pats... Boom... Ist das dämlich... Jetzt werde ich mit dem... Kack-Batzen hier nochmal raus... C3PO sieht jetzt dieses komische... Wüstenratten-Ding von den Jawas... Wenn geht's um weiss, als dieses kann Tina... Wir scheich... Wir scheichern das so in der Spiel eins... Jawoll, Spiel gescheichert... Ghehe... Gescheichert... Beispiel wäre doch ne schwerer Zunge... ICH wäre extrem müde... WeIN der Hälfte dann ab nächster Folge wieder ein nüchtern... Toobsteeee... Erleben... Let's Play Versus Star Wars Lego Star Wars genau, Lego Star Wars 2 für das, äh, war's das jetzt erstmal und ich bedanke mich mal fürs Zuschauen Bis morgen Halt rein, halt die Bursch hoch Ciao Kapitel 2, Gishti und Ladeonis ALTO Huch, fuck, bin ich müde Huch, fuck, bin ich müde Aber wir können auch das erste Mal zum Jedi werden Pam, pam, pam Das sind die geilen Wumpads hier Ihr kleinen Schnückelhasen Alter, gehen wir nie auf die Eier Alles rasieren Kopf und Kleinschreiben Äh, Schreiben Ich wollte natürlich schlagen Kopf und Sag mal Kopf und Kleinen Kopf und Kragen Kurz und Kleinen So, sag mal Weil die gehen wir ja gerade schon auf die Ah, der mich im Flug weggeballert Ist das ein Wichser Alter Wie oft sterbe ich denn hier? Bist du dumm für das Game oder was? Das spielen kleine Kinder Und ich bin zudem nicht dafür Der Herzschung Glückwunsch Hinfort, mein junger Redi Äh, Redi Alter Ich hätte ihn aufnehmen sollen Das wäre besser gewesen, glaube ich Äh Ich feuer es zurück Ich werde dich doch verarschen Ich habe ihn nicht dafür veranschaue Ich werde dich überraschen